Papa, Papa, heute ist ein Jahrmarkt. Dürfen wir dorthin? Ja, bitte, bitte. Wir brauchen nur etwas Geld von dir. Ja, ist ja schon gut. Ich gebe euch etwas Geld. Auf dem Jahrmarkt. Lasst uns Karussell fahren. Halte dich gut fest, Finn. Wir möchten nicht, dass du runterfällst und ein Krankenwagen kommen musst. Ich bin doch kein Baby mehr. Los geht's. Ah, mir wird gleich ganz fliehen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich will doch aus. Und jetzt zur Schiffschaukel. Juhu, das macht Spaß. Ich bleibe lieber hier unten. Nach dem Karussell brauche ich jetzt erstmal eine Pause. Sonst wird mir noch ganz schlecht. Dort hinten ist noch was Cooles. Nichts wie hin. Wartet mal. Hier liegt Geld auf dem Boden. Schnell, steck es ein. Dann haben wir noch mehr Geld und dann können wir noch mehr fahren. Nein, wir können es nicht einstecken. Es gehört nicht uns. Wenn wir es nicht einstecken, dann tun es andere Kinder. Und was denkst du, werden die Kinder sagen, wenn du fragst, ob sie Geld verloren haben? Sie werden alle ja sagen und das Geld nehmen und dann fahren sie Breakdancer. Ja, ganz genau. Hey, wegen Eis können wir nichts fahren. Können wir mal weggehen? Stell dir mal vor, du hättest Geld verloren und andere würden es finden und ausgeben. Lass uns hier runtergehen. Die Fahrt geht gleich los. Okay, okay, du hast ja recht wieder. Aber was tun wir jetzt? Schaut mal, dort hinten weint ein Kind. Was ist los? Warum weinst du? Ich habe das Geld verloren, das mir Mama und Papa mitgegeben haben. Schau mal, das haben wir gefunden. Das gehört bestimmt dir. Ich kann es nicht glauben. Danke, danke. Ihr seid so ehrlich. Schon gut, schon gut. Du hättest das Geld bestimmt auch zurückgegeben. Ich wollte das Geld eigentlich einstecken. Aber jetzt, wo ich es sehe, habe ich ein ganz schlechtes Gebissen. Es tut mir wirklich leid, dass ich so gedacht habe. Seid ehrlich. Versucht immer anderen zu helfen. Wenn ihr könnt. Damit macht ihr Menschen glücklich. Abonniert, wenn euch das Video gefallen hat. Und außerdem könnt ihr einen Daumen nach oben geben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss.